WDR 4 Abba Mia Hey, wir Schweden sind bekannt für große Leistungen. Borg fünfmal Wimbledon, Ibrahimovic elf rote Karten. Die Legende sagt, manche Schweden können sogar ein Billi-Regal bauen. Mit Rückwand richtig herum. Sowas geht nur durch hartes Training. Auch für Benni, Björn, Agneta und... Annifried, Strecken. Eins, zwei, drei... Mann, ich komm halt nur bis zum Knie, Benni. Gebt alles, Mädels. Es sind nur noch paar Wochen bis zu den Konzerten. Was ist das überhaupt für ein komisches Fitnessvideo? Wieso darf die Frau im Aerobicanzug unser schönes Gimmi-Gimmi klauen? Schatz, wir haben Millionen daran verdient. Und wenn ich wir sage, meine ich Benni und mich. Madonna war bei Hang-Up auch schon 47. Und trotzdem fit genug für den Gumi-Gummi-Remix. Kommt, versucht nochmal. Eins, zwei... Wir sind 74! Sech! Na und? Kleiner Zahlendreher. So ne Trulla! Ja, Trulla. Die Hometrainer-Serie mit preisgünstigen Fitnessgeräten aus Sperrholz. Hantelbank-Holmenpushen. Beinpresse-Stompeln. Zusammen nur 89 Euro. Trainierst du noch oder resignierst du schon? Ich kann nicht mehr. Ich krieg schon Rücken... Äh, wie sagt man? Rücken-Beschweden. Haha, sehr lustig, Benni. Meintest du Benni oder Billy? Ach, ist ja eigentlich auch Regal. Jetzt hört doch mal auf, ihr beiden. Wir mögen keine Witze über unser schönes Zuhause. Du hast recht, Agneta. Gags über Schweden? Ja? Das ist eine Swerigan-Gelegenheit. Oh! Sie sind wieder da. Die unmögliche Lieblingsband aus Schweden. Mit WDR 4 nach London reisen. Für einen Besuch bei der sensationellen Show. Jetzt mitmachen bei WDR 4. Ab zu ABBA. Ab zu ABBA.